Die Warnersen sind eigentlich auch richtig gut gewesen. Oh, es geht weiter. Die Warnersen sind einfach möglich, weil sie es sind. Nehmen wir... Alle machen wieder Weihnachten. Die Holländer werden wieder eine gute Fahrt kriegen. Jetzt wollen wir mitgeführt. Das war's natürlich, oder? Ja. Ich würde nicht feiern. Der hat gerade volle Leistung gegeben hier links. Das war's. Der filmt. Der filmt gar nicht. Der filmt kaum noch. Der filmt gar nicht. Der macht gerade so in der Küche zu essen. Das ist voll geil. Das kann nur Fritur sein. Aber der geht noch schlimmer. Was macht er jetzt? Der ist voll nebenfluit. Der macht eine große Bremse dazu. Wie bei Hartstein hier. Der macht eine große Bremse. Der macht eine große Bremse. Der macht eine große Bremse. Aber die hat eine große Bremse. Der macht eine große Bremse. Der macht eine große Bremse. Der müsste den Müller einmal irgendwo werben. Guck mal, was der jetzt geschaffen hat. Guck dir das an. Der verarbeitet. Das klingt geil. Das klingt ja geil. Das klingt ja geil. Wer das letzte war? Nein, die Samra tun das gut war. Ja, das war das Wir haben.